Ja, hallo, herzlich willkommen hier heute mit der neuen WilsonStuff Launchpad-Serie, die ganz neu auf den Markt kommt für 2020. Ich würde gerne mal ganz kurz ein bisschen was erzählen über die Launchpad-Familie, was der Sinn dahinter ist. Also die Launchpad-Familie ist eine komplette Schlägerserie, die komplett gemacht worden ist, um den Ball schneller und einfacher in die Luft zu bekommen. Dafür haben wir die neuen Launchpad-Eisen. Ihr seht schon, es ist etwas ein bisschen Außergewöhnliches. Die Eisen sind in einem sogenannten Hollow-Design gemacht worden. Das heißt, sie haben eine sehr breite Sohle. Diese breite Sohle hat den Vorteil, dass man eigentlich fast keine Divids mehr schlagen kann und dadurch immer den Ball trifft. Die Sohle gleitet über den Rasen und hat immer den Ballkontakt. Wir haben einen höheren Ballflug und mehr Länge. Und das zeichnet sich aus vom Sechser-Eisen bis hin zum Pitching-Vedge. Das Sand-Eisen ist dann wiederum traditionell gehalten. Erhältlich natürlich, wie immer, das Produkt als Herzenprodukt, als Damenprodukt oder auch natürlich als Seniorenprodukt mit den passenden Schäften und den passenden Flexen dazu. Die neue Launchpad-Serie wird ergänzt durch die passenden Hölzer dazu. Die Idee und Technologie dahinter ist, dass es eigentlich unmöglich ist, mit den Launchpad-Hölzern einen Slice zu produzieren. Weil das Launchpad-Holz oder der Driver, wie auch die ganzen Hölzer, 3, 5 und 1 Fybrid haben eine Offset-Technologie und sind sozusagen schon von Haus aus auf Draw eingestellt und vermindern dadurch immer den Slice. Wieder natürlich auch erhältlich mit den jeweiligen Schaftflexen in Vacular, Ladies und Lightflex. Dazu haben wir unten natürlich nochmal ein Gewicht eingebaut. So, dieses Gewicht nimmt das Ganze nochmal ein bisschen mehr auf diese Draw Base hin und vermindert den Slice nochmal zusätzlich durch die Gewichtseinlage hinten in der Rücklage des Schlägers.